ja da kommt gerade was rein das merke ich gerade wo die sterben an gift ja ich verstehe oh sind doch wir beide da passiert hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge würde und ich hoffe diese wird euch genauso gefallen aber schaut euch an und wir sehen uns am ende des videos schaue ich glaube ich habe mein ziel erfüllt ganz schön viele deutsche ja ganz schön viele gegen eine gruppe muss man sich mal vorstellen kommen so sind so vier mann verteidiger ja kommen so hunderte gegner an verlieren einfach ganzer graben busch da wo das interessiert uns doch nicht wir ballern die weg wir ballern und wir ballern haben von der stelle die Das war mir schon irgendwie klar. Aber ich hab verdammt viele Typen getötet. Naja, hätte ja sein können. Nein, ich hatte mich um einen Kill geschlagen. Oder um zwei, ich weiß es noch nicht ganz. Hätte ja sein können, dass ich vielleicht besser wäre. Mann, ich möchte auch mal wieder einen Arti schlagen. Ich möchte mich vorbereiten auf Fall aller Fans. Auf dem Fall aller Fälle. Einfach nur, wo es geht. Und wo? Niemand kommt hier durch. Fuck, nicht solange ich Schicht hab. Oh, vielleicht komm ich hiermit weiter. Hm, nachladen. 100 Punkte. Gräte, Bolz, gräte! Also... Auch wer? Ja, danach Alter, wir leveln ja ohne Ende Kriegen wir auch bald eine neue Rüstung So, laden nach Ja, ich hab den AT-Schlag Ich hab massenweise Verzosen getötet Nein, das waren Deutsche Ach, ist egal Danach Und jetzt mal Munition sammeln Wieder neue Kugeln Hier Mit noch ein paar Deutsche, die Kugeln fressen Martilleriefeuer Wo müssen wir dann verteidigen? Hier jetzt Oder ist das nur der Befehl Das Kommandant Headshot In der Luft Und jetzt aus dem Himmel Anscheinend Das Kommandant Warte nach! Durch das Gas laufen sie. Und sie sind gestorben am Gas. Die sterben schön an Gas. Ich glaube, jetzt wird hier nicht mehr viel gedötet. Die sterben alle an Gas. Gegnerts, kommt mal her hier. Mit Gasmaske bitte, es wäre ein schöner Punkt. Also, würde mir helfen. Oh, der Level, der war doppelt so schnell. Oh, wow. Die Kinder haben es nicht bekommen. Wann? Oh, die Waldfell, was ist denn hier los? Liebe Mutter Gottes, kommen ganz viele Deutsche. Da habe ich nichts getötet. Laden nach. Wollen wir nicht anzuschossen? Wollen wir nicht anzuschossen? Teiligen Sie Ihre Position! Immer noch gleiche Positionen, Stellung, halt. Hier noch kein Gegner. Jetzt sehe ich welche. Ab! Anach! Geiße, warte nach. Giftgas. Geiße. Ja, renn zurück ins Gift. Ah! Da war ne Granate. Wir haben welche 15. Vielleicht schaffen wir noch was Höheres. Der eine bleibt stehen. Der eine macht Spatter. Ah ne, den interessiert's nicht. Den hat's einfach nicht interessiert. Der da unten ist von Soße. Ja, man steht da draußen, oder wie? Der steht da einfach oben. Der, der steht da seitwärts. Ah, der hat schon früher den Schusswinkel. Verstehe. Ich hab meine Position lang gehalten. Ich hab gute Punkte gesammelt. 5.000 Punkte. Ich kann zufrieden sein. Schätzig. Aber nur schätzig. Ein Drittel von der ganzen Score-Punkte machen raus. Ganz schön fett, ne? Ganz schön fett, irgendwie. Ich nehm' einfach so viele Punkte ein. Okay. Ich verstehe. Haben wir überhaupt schon einen Graben verloren, oder? Das sieht ja gar nix. Das muss groß. Das muss groß. Ich muss erschießen. Ich bekomme ne Truppbonus. Geil. Treffig. Oh. Befehl befolgt. Laden. Kommt da trotzdem immer Punkte ohne Ende. Oh, kommt mal ran hier auf den Mäder. Oh, kommt mal rein. Reinhardet! Alter, da kommt gerade was rein. Das merke ich gerade. Oh, die sterben an Giftgarten. Ah, ich verstehe. Oh, sind nur noch wir beide. Was ist da passiert? Oh, scheiße. Wir haben Männer verloren. Scheiße, scheiße, scheiße. Männer verloren. Okay, wir haben es noch gehalten hier. Aber gut, ne? Das ist nicht so geil. Mein Mann, wir haben Männer verloren. Maske aus. So gut. Da haben Männer weniger, das macht nichts. Das kriegen wir hin. Koei und Serenia und das schaffen wir schon. Dann schaffen wir. Dann machen wir. Irgendwie war das schon. Wenn nicht, dann renne ich so artig in Position, wo Push ist und dann passt das alles. Da müssen wir jetzt verteidigen. 17. Welle 17. Boah, was habe ich hier in meinem Leben gerade verstanden? Ui, 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 ui. Ui, hoch, hoch, hoch. Der fällt ein. Ja, nee. Auf die Oberfläche hier. Kommt von oben. Die Runner. Au. So. Fuck. Danach. 5 will und wer hier überlebe ich werde überleben ich werde überleben ich schieße immer genau dahin wo der andere entriebs 6 tode heilige scheiße bin ich oft gestorben auf eine granate gefangen also ganz ehrlich anfangen kann ich auch neue muni ach fuck muni aufsammeln oder hier doch hola das ist eine knappe kiste wo das entliegt wobei der grabenkrieg es hat vor allem wenn man nur noch zu dritt ist der eine schon tot ja gut der eine ist gerade eben gestorben super die 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 Holy mooly Paproni Alter Braucht jemand Stress? Alter der ist erstickt Weiß es nicht ob da noch wer ist ich sehe es einfach nicht Ich muss sie töten, bevor sie wieder durchkommt Er kam eigentlich auf die Idee den eigenen Graben zu vergasen und damit sogar noch zu gewinnen Was es eigentlich nicht sein sollte aber Ist es leer Zwei Stück noch Ich kann sicherlich noch was machen Also ich schätze Das wird sich noch lohnen Lalalala Zwei Stück noch 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 Denklich Fuck, ich bin weg Gut Aber das reicht dann auch Heilige Scheiße War nicht unbedingt so nötig Aber gut, was zum getan Das war's, ciao